ja einen wunderschönen prächtigen herzlich willkommen bei high wise city so wie in der letzten folge habe ich gesagt ich fange ja von vorne an oder musste ich und ja ich hoffe ich bekomme so langsam bald mal kohle aber so langsam wird es da richtig eng ja das wird sehr lustig so aber bevor ich hier weitermache erstmal brauche ich hier auf jeden fall ein krankenhaus das würde ich mal hier unten hinstellen dann brauche ich ein einkaufszentrum also ein kleines damit ihr auch was kaufen können müllabfuhr ist ja da dann noch mal so eine kleine kirche das haue ich mal direkt hier rein so lager da brauche ich noch ein meilenstein okay so haben wir erstmal das wichtigste damit die erst mal wieder zufrieden sind und so weiter und so fort ich brauche noch was mit obst das brauchen wir so es müssen ja sowieso erstmal einkaufen ich brauche erstmal häuser jetzt wieder sagt sagt bald sollte ich auch den nächsten mainstein eigentlich haben ja was bekomme ich als nächstes grundschule kleines lager aus perfekt schafer möbel textil ok bürgermeister so jetzt will ich aber also holz also möbelfabrik kann ich doch gar nicht machen deswegen ich schaue mal okay da ist auch die spedition am gange sehr gut ressourcen fehlen das wird er belagert beliefert ok krankenhaus und wasserturm kleine wasserpumpe werkzeug schmied ok jetzt geht es langsam los klein holzfäller fabrik so zack kleiner holzfäller betrieb so die wollen ja eine feuerwehr haben das kann erst mal weg da feuerwehr und eine politesse haben wir jetzt da fehlt was werkzeugen so aber ich hatte ok textil fabrik ja schön und gut bringt mir aber recht wenig erst mal obwohl ich bräuchte eine scharfarbe und dann das ok so was hat er noch für neue hütten eigentlich straße also das wäre das nächste ach so rum ja na nee halt warte mal nee das will ich nicht da bin ich falsch nein zurück 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 nein so auch zurück da so also jetzt bin ich ja ort scharf warte mal kleine ort scharf da da grundschule ist muss ich eigentlich auch so was wie eine grundschule haben da ok passt dann müsste ich ja irgendwo kleines recyclinghof grundschule möbelfabrik textil fabrik park 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 ok das kommt erst dann beim nächsten mal aber ich hätte jetzt ein lagerhaus das heißt ich sollte hier was perfekt so das stelle ich mal wo könnte ich wo hätte ich platz da das kostet ja so gesehen nur 20.000 das nehme ich mal so hin da nicht dass das ist alles hier da kleine möbel also ressourcen fehlen drei von den werkzeugen bräuchte ich scheißen dreck warte mal jetzt kann ich ok rathaus bank gerichtsgebäude bürgermeister villa das stopfe ich direkt hier hin so rathaus das bombe ich mal direkt hier hin und die bank direkt neben dem rathaus sagt passt so jetzt wo ich mal dienstleistung das war mir klar das lege ich mal hier hin ich musste mal handelsmenü öffnen ich kann ja momentan noch keine werkzeuge so richtig bauen glaube ich oder ach da ok so was haben wir hier das ist die bank so ja ich bin ja schon dabei ich habe nur kein holz wird doch mal jetzt war jetzt für jetzt richtig an dem ganzen also da brauche ich auch noch mal ich weiß ja gar nicht ihr sagt ja das ist halt die kacke ich habe keine werkzeuge ich dachte ich könnte jetzt schon werkzeuge bauen erst jetzt erreicht angestellt 218 habe ich schon zweit angestellt ach da ja es dauert jetzt ein bisschen du musst mal gucken ich habe polizei gebaut ach ja weil werkzeuge fehlen da war ja was warte mal die bank bank menü öffnen ich mache mal eins ich nehme mal einen kredit von eine mille auf dann kann ich werkzeuge bauen also kaufen eher gesagt so erst mal langsam nein gehen wir aus der linse kaufen ich brauche werkzeuge machen wir mal so auf 200 110 ok das ist maximum so weil das brauche ich jetzt erst mal weil das noch ein bisschen schneller laufen na komm so langsam müsste ich ja werkzeuge haben genau da ist es hier sagt perfekt so wir brauchen erst mal hier eine polizei das knall ich direkt mal hier genauso wie die hier und eine feuerwehr so haben wir schon mal genau das dachte ich mir schon fast alle sich am mangel an fisch sondern an der straße so machen wir in der 60er zone draus ich wollte sowieso mal hierhin stellen was warte mal muss man kurz hier muss einmal kurz mal drehen so jetzt es fehlen also müll abfuhr muss ich nochmal einmal zurück hier dienst leistung 1 recyclinghof nein regional müll abfuhr da zack da brauche ich bretter so was machen wir ein bisschen schneller so jetzt brennt es nicht mehr gut ich müsste noch mal so ein ziegel gedönse bauen ziegelei so kleines recyclinghof da brauche ich mal bretter sägewerk kleiner holzfäller betrieb so zack erst mal muss ich die produktion zum laufen bringen bevor ich überhaupt erst mal anfangen mit neuen häusern und so weiter was ist hier zufriedenheit ok bonus nice so das haben wir jetzt habe ich erst mal ein bisschen paar werkzeuge bretter werden jetzt erst mal mehr produziert weil das brauche ich wie hulle ach das fängt das schon wieder mit dem obstmangel ich würde dann dennoch einmal hier so ein obst dingsi dongsi machen da obst zack wieso ist hier eine kollision hier ist doch nichts hier ist doch nichts ich muss aus testen wenn ich jetzt auf pfarm gehe wieso ist das hier eine kollision hier ist doch hier ist alles verbunden weil es auch einfach zu groß es kann auch sein aber es kann ja nicht sein da machen wir die schmale straße so da brauchen wir noch mal obst dann bestimmt auch gleich wieder gemüse ich kenne es ja nicht anders so obst plantarische zack äh wasser das kriege ich hin das sollte nicht das problem sein jetzt die frage meine späzion reicht die bis dahin ja ok perfekt habe ich eigentlich schon neue späzion nein ok ich mache mal ein bisschen langsamer ich brauche erstmal wasser wo habe ich dich da kleiner wasserturm jetzt sollte es ein bisschen besser sein so jetzt aber ah ah nice perfekt so dadurch dass das rathaus ist würde ich hier einmal ich habe jetzt mal ein paar bretter ok das reicht jetzt mache ich erstmal hier von den angestellten nummer 2 welche hin ähm dämmmatten ist das hanf ok da ist es ja hanf dämmstoff genau wieviel produziere ich denn 22 ok ok alles klar so ja da fehlt es ja noch das ist logisch ich brauche farbe das muss ich auch bestellen äh weil das kann man ja nicht produzieren äh farbe 50 sonst können wir damit ja nichts anfangen so genau steuern mache ich mal auf 14 so ok jetzt brauche ich wieder büro komplexe da würde ich auf die dämmwolle warten sie warte mal ich habe doch da welche verkauft ne ok also bis 50 ok das ist ja kein problem äh das ist ja nicht so gravierend weil ich baue ja immer welche da würde ich mal eine neue dämmwolle geschichte machen einmal 50 kmh so dann brauche ich mal wieder was für dämmen zack so habe ich eine neue dämmwolle geschichte da kann ich hier auch mal wieder eine straße bauen mache ich straight hier rüber so so genau ja passt angesteckt konnte ich ja erweitern ne da mache ich mal das kostet ja glaube ich nur geld genau passt so ja das wird ja schon gemacht ich könnte aber noch mal neue angelei hier hinstellen ähm nahrung fisch zack so haben wir rein theoretisch sollte er gleich farbe und sowas haben ressourcen fehlen ressourcen fehlen keine speziellen reichweite ok ich habe da was hingestellt ok dann brauche ich einfach neue spätzonen ist dann das problem ich brauche sowieso mehrere das kollision der wird sich erstmal auf diesen bereich hier mal verteilen so in dem bereich passt so jetzt hat er was das war mir klar jetzt brauche ich erstmal hier okay dämmmatten ok das habe ich zack so ein büro komplexer ich würde erstmal aufhören die zu verkaufen weil ich brauche die dämmwolle geschichten ähm fisch wie sieht es denn da eigentlich mit aus wo ist da mein gefühl tapis hampft dann brauche ich dann brauche ich auch nochmal eins habe ich fische auf drei ja ich brauche viele fische ähm ich würde das einmal so machen dass ich die fische auf mindestens 100 lege dann habe ich da erstmal meine ruhe so dann brauche ich nochmal eine dämmwolle geschichte zack zack aber wie ich das spiel vermisst habe ohne witz ne ähm ne dämmwolle zack zack so haben wir Aufgabe abschließen dann kann ich schon mal auf drei machen das verbraucht immer okay ein werkzeug das ist das thema so haben wir so bürokomplex läuft jetzt brauche ich mal wieder die häuser weil ich muss dringend damit anfangen dass ich meine werkzeuge selber herstellen kann weil dann kann ich hier auch dementsprechend verkaufen dazu brauche ich eisen und so weiter und so fort jetzt weiß ich was haben die für komplexe park und schule ach da war ja was ich brauche mal eine schule und spiel spaß und spannung wieder wo ist es da euch auch noch mal hier ein hin so ja möbelfabrik da kommt er wie immer wieder nicht hinterher eine feuerwache muss man kurz gucken habe ich das gebaut eigentlich gar nicht okay dann brauche ich das direkt einmal hierhin ressourcen fehlen holz holz habe ich damit gar kein holz mehr tatsächlich ich habe gar kein holz mehr haben kein zugang zum stromnetz wo hat er kein zugang zum stromnetz ach so glaube ich musste einfach mal noch ein verteiler hinbauen ja alles klar brauche ich mal hierhin da muss ich gucken wie ich das hier hin baue da kann ich den hier nehmen so haben wir okay perfekt so die werkzeuge können wir wieder rausnehmen zack was habe ich denn viel was könnte ich denn so verticken an sich ja interessiert mich muss erstmal aufstellen dieses gelaber hier sieht es mit dem leben aus ok ok da fehlt mir ordentlich was da mache ich mal 1 sagt die lehmgrube ja sie so hinstellen ne ok da muss ich hier mal freischalten das land ach hier oben kann ich hin bauen ähm dann mache ich das einfach mal so einmal die lehmgrube mal ein bisschen leben weil die kommen halt nicht hinterher mit der produktion deswegen kann ich auch nicht so viele ziegel bauen das ist halt die problematik an der geschichte ähm was ist hier ist voll ok ja sind komplett ausgelastet ich müsste mal noch mal wieder ein paar spezionen bauen hier weil die kommen einfach nicht hinterher so ich werde ihn mal ein bisschen kleiner machen so ungefähr zack wo fehlt wasser da oben ähm nein zack water so haben wir die frage kommt er dann auch da nach oben nein kommt er nicht ok zack jetzt hat er ok wo fehlt noch wasser ja ich hab doch schon wasser hingebaut warte mal was dann gebrauchte denn dafür jetzt hat das ok nice so langsam wird es da brauchte wieder eine feuerwehr jungen ich kann so viel feuerwehr habe ich gar nicht hier es ist ja polizei das war mir auch klar so ok perfekt das war auch wieder häuser da komme ich nicht mehr ran dauert ein bisschen bis die feuerwehr gebaut ist genau brauchen die auch wasser ach ich weg jetzt jedes mal nicht da wasser zack hm es muss ich gleich was gucken ich denke mal ich werde demnächst dann auch mit dem Kohlekraftwerk anfangen weil das bringt mir am besten Strom ich denke mal sobald ich da ein bisschen im Minus vom Strom bin baue ich mir die weil die haben am meisten oder war es Gas ne Gaskraftwerk war das so rum das war das genau solarium juckt mich halt erstmal nicht darauf ähm ja 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 geh ich erstmal muss ich einmal nachgucken ähm genau Filter so was hatte ich denn hier nochmal unten ist nochmal Lithium ne ja Lithium das heißt hier könnte ich bisschen was bauen ich schau mal kurz da wäre Kohle okay hier baue ich doch nichts ähm weil dadurch dass ich hier Kohle abbauen kann äh das hier alles bisschen verpestet muss ich gucken ob ich hier oben was baue okay hier oben könnte ich hin was hin bauen was ist hier Produktionslager ist voll achso okay Lager ist allgemein voll äh äh dann würde ich einmal das hier hin bauen so zack so weil dann kann ich auch bisschen was verkaufen weil dadurch dass es halt so dadurch dass ich halt schon so viel habe kann ich die Dämmmatten auf 60 runter gehen ähm und was habe ich noch viel ok wie schaut es denn hier aus Obst und Gemüse da verkaufe ich mal bisschen Obst runter auf 80 äh was ist mit den Brettern was habe ich das das mache ich auch nochmal auf 80 runter da zack die Kapazität muss ich sowieso erhöhen das kommt ja mit dem Forschungsgedönse so wie sind die drauf da ist doch eine Schule gebaut was haben die denn da habe ich doch keine Schule gebaut hä ach Mist ich habe keine Schule gebaut so was fehlt noch ja ach hier Gewürze musste ich kaufen ähm ähm bam 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 holz bringt halt nicht so viel deswegen kaufe ich dann einfach mal Gewürze jetzt machen wir so auf 20 erstmal also wahrscheinlich 20 Tonnen glaube ich so guti so langsam wird es mit der Wirtschaft das Geld das dauert ein bisschen das kriege ich noch hin ähm ich muss noch ein paar Hütten bauen das heißt hier oben würde ich dann die nächste Region der Städte hinlegen ähm das dauert aber nur ein bisschen aber das sollte ich alles hinkriegen guti dann würde ich sagen was ist mit dieser Folge ich bedanke mich fürs dabei sein lasst gerne mal ein Like und ein Abo da ja und dann würde ich sagen wünsche ich euch einen wunderschön prächtigen und sage jetzt schön mit Öl euer Keule ciao 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 ciao